Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Die Heere von Licht und Schatten werden sich in den Schlachtfeldern. Leia, ist alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Leia? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Ankel! I'm K.A.T.E.